Ja, Sie lachen. Noch. Und die Nächsten stehen schon hinten dran. Der Islam, das ganze Zeich, da mit der Iris, ja, und die ganze Bulgare, wo du aus Rumänien kommst, wo sie sagen, wie sagen sie, das wäre ausgebildete Fachkräfte. Ja, was nützt mir das, wenn die Inbrecher Abitur hat? Ja, was nützt mir das, wenn die Inbrecher abiturte, wenn die Inbrecher abiturte,